Ja, Freunde, die erste Camperin hat das Dschungelcamp verlassen. Juliana Fafalla hat die berühmten Worte, ich bin ein Stahlholt mich, herausgesagt. Ihr bester Freund Husam sitzt neben mir. Du hast es live miterlebt. Was sagst du dazu? Auch eine große Überraschung für mich natürlich. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das macht. Was glaubst du, was der Grund dafür ist? Ja, sie hat es ja auch im Camp erwähnt. Es war halt eine Zeit, wo sie lange überlegen hätte sollen oder gemacht hat, was sie wirklich auch so ein bisschen an ihre Vergangenheit erinnert. Und deshalb hat sie das, glaube ich, stark bedrückt. Und das war so ein Auslöser dafür wahrscheinlich. Glaubst du denn, dass sie sich auch darüber Gedanken gemacht hat, dass sie ja dadurch auch Teile ihrer Gage, nicht unerhebliche Summen verliert? Das weiß ich leider noch nicht, ob sie sich das wirklich gemacht hat. Ich glaube, sie hatte andere Sorgen. Was glaubst du denn, was für sie im Dschungel das größte Problem war? Ich glaube, es war kein Problem, sich mit den anderen gut zu verstehen. Das hat sie ja geschafft. Das war wirklich so ein bisschen die Vergangenheit und so, die wirklich sie so ein bisschen dann wieder auf sich zieht. Vergangenheit damit, was meint sie damit genau? Geschlechtsumwandlung, vielleicht nicht schöne Sachen, die sie erlebt hat. Bist du denn jetzt enttäuscht, dass sie raus ist? Ich bin überrascht. Enttäuscht bin ich nicht. Ich stehe natürlich hinter ihr und deshalb. Es war ihre Entscheidung und ich stehe hinter ihrer Meinung, ihrer Entscheidung. Was glaubst du, was sie im Dschungel am meisten vermisst hat, die Juliana? Ihre Umgebung, so ihren Alltag vielleicht auch ein bisschen, damit sie wirklich auch so ein bisschen Ablenkung hat. Weil das war halt schon... Es wird sie ja heute nicht mehr erwartet hier im Hotel. Weißt du, wo sie ist? Bist du mit ihr in Kontakt? Ich habe keine Information darüber. Kannst du sie nicht anrufen? Nein. Kannst du schon. Du hast ja sicher ihre Nummer, oder? Ja, aber das Handy von ihr habe ich auch bei mir. Deswegen würde ich nur mich erreichen. Genau. Machst du dir denn jetzt Sorgen um sie, oder? Sorgen? Ne. Sie ist wahrscheinlich in guten Händen. Meinst du auch, dass sie das wegstecken wird, jetzt diese ganze... diesen Auszug, weil... das ist ja ungewöhnlich. Ich glaube, sie hat sich's gut und lange überlegt. Deshalb wird sie das schon überleben. Ja, dann wünschen wir der Juliana, dass sie's packt und dass sie hier noch ein paar schöne Tage hat. Wir melden uns morgen wieder. Tschüss. Wie ist es? Untertitelung des ZDF, 2020